Okay, Leute, es geht weiter. Dämonen für Skolafo. Ähm, ja. Okay, geschafft. Ähm. Okay, wie soll man ihn besiegen? Da steht nichts, okay, aber wenigstens haben wir ihn analysiert. Ja, wir haben es verstanden, dass du übermächtig bist. Achso, okay, okay. Ich muss mal kurz gucken, ob das jetzt wirklich da gespeichert wurde. Charaktere. Waisenreich. Der hier. Der hier. Warte, wo ist jetzt Skolafo und so alles? Hä, wo sind die jetzt? Ähm, ja. Ist jetzt Skolafo ganz hinten bei den Monstern oder wo ist er jetzt? Ich will mal wissen, wo der ist. Ah, da ist der. Okay. Egal. Ich lasse ihn jetzt mal so. Ey, fick dich doch. Okay. Ähm, ja. Ah, ich hab deine Idee. Ich glaub, ich weiß, wie man jetzt gegen gewinnt. Ich hab auch mal gelesen, wie man Skolafo besiegen muss, wenn er in dieser Form ist. Wozu haben wir die Donnerbüchse denn? Die braucht man hier in diesem Kampf. Okay, jetzt komm. So, 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 so. So. Du triffst mich sowieso nicht, wenn ich von... Ah, so. So. Okay. Ey, wieso trifft der mich da, Sposti? Okay. Okay, okay, aber die Donnerbüchse ist sehr gut. Okay, merk ich mir. Okay. Dämonfest. Skolafo. So, so, so. Okay. Ach, ich muss schneller reagieren. Okay. Hä? Warte, ich glaub, ich weiß, wie man das ausweichen kann, oder? So muss man das machen. Immer ein Salto machen. Okay, das ist dann ein Kinderspiel. Okay, wenn das... So. Okay, komm. Dich werde ich noch besiegen. Das ist keine Chance gegen mich. Ich bin auserwählte. Okay, komm. So. Was machst du da? Scheiße, das war zu langsam. Warte, ich hab doch Kekse, oder nicht? Ich brauch die langsam. Ah, scheiße. Objekte. Oder Brot. Wie wollen die? Die Brot... Warte, die Torte hab ich noch. Okay, das hab ich jetzt... Erledigt. So, so. Okay, komm. Ey, wenn du schon... Wenn du schon schießt, aber richtig. So, 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 so. Wie hat er mich noch getroffen? Achso, so, okay. Ich darf nicht in seiner Reichweite sein. So. Geschafft. Ja. Sposti. Ich darf nicht, ähm. Ich bin ein Lauf. Ich kann es nicht. Ich bin ein Lauf. Und ich bin ein Lauf. Und ich bin ein Lauf. Das ist all ich will. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Du bist. Ich bin ein Lauf. Ich kann es nicht tun. Ich weiß nicht, du kannst es. Ok. Okay. Okay Hier ist Hier ist da also Der Schlüssel, um die neue Welt zu erschaffen Eine Frage zu der neuen Welt Das Land, das Leben Bist du sicher? Gehen wir weiter, ja Und was ist das? Genese? Ja Hier, Guri, Guri Von wo kommst du denn? Er lebt da also, okay Ähm, ja Ich bin mächtiger geworden Ja, hast du es gut bemerkt, Fizz Aber Kolaffe War eigentlich nicht böse Er wollte nur eine vollkommene Welt, aber Das hat ihn jetzt zum Ende gebracht Und getötet Achso, er erzählt das jetzt allen Aber ich glaube nicht, dass das das Ende ist Wenn doch, habe ich das in 90 Parts durch Das ist dann gut, denke ich jetzt mal Und wen suchst du? Rex oder was? Ah, da sind die beiden Wartet mal Okay, es geht weiter Nur eine kleine Störung ist ja nicht so schlimm Ja, er dreht sich um, wenn er uns sieht Ey, wir haben das gleiche wie Hauchi Habe ich jetzt gerade gemerkt Bist du jetzt stolz auf mich, Meister? Okay, er verfolgt mich Hast du gehört? Und wenn ja, hast du es auch gehört? Super Jetzt noch den erzählen Die sind ja so verfeindet Wieso hassen sie dich eigentlich so, Herr Serer? Oh, er guckt dir Sonnenuntergang an Warst du ein Teufel? Ist das vorbei? Ey, das kann nicht sein Ey, nein, das ist nicht vorbei Das ist eine Lüge Das stimmt nicht Ey, ich habe jetzt alles gemacht, oder was? Ey, das glaube ich nicht Ey, das glaube ich nicht Nein, ich glaube das nicht, dass es jetzt vorbei ist Scheiße, ich habe das durch Warte, aber zum Glück habe ich alle befreit, ja Ja, okay, ich habe eigentlich alles gemacht Ja Hm Okay Vielleicht kann man ja weiter danach machen Aber wir waren noch nicht im Waisenreich Oder so Oder kann man eigentlich dahin gehen? Ich weiß es eigentlich gar nicht Und wir haben nicht vorne wiederbelebt Hm, wir müssen noch vorne wiederbeleben Aber wie macht man das? Das weiß ich ja nicht Warte, da meinte ich soll zu Sonnenhüge und da irgendwie was machen Okay, das muss ich gleich mal ausprobieren Ich glaube man kann danach weitermachen Das kann nicht sein, dass es jetzt vorbei ist Egal, es gibt noch viele Sachen, die ich noch machen muss Deswegen Ist das nicht das Ende? Das Ende kommt schon später für mich Und Soll ich jetzt ein Soll ich mal sagen, was ich hier wieder das Spiel fand? Ich fand es richtig klasse Richtig geil Empfehle ich jedem, das zu Let's Playen oder zu spielen Egal wie Das ist einfach geil Und wie lange gehen diese Credits? Aber die Musik ist geil Ach, dieses Spiel hat echt lange gedauert Aber nicht so lange wie Kingdom Hearts Ja, trotzdem Wartet das gerade der 89. Part, oder? Ach du Scheiße Voll weit bin ich gekommen Alles gemacht? Ja, ich habe eigentlich alles gemacht Aber ich muss doch mal eine neue Welt noch erschaffen Hm Oh, das werde ich noch alles machen Ja, ha, 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 ha Hm Nee Hm Warte, ich muss noch Fana wieder beleben Das ist auch wichtig Und diese Turniere Und mal gucken, ob ich ins Waisenreich kann Oder Warte Nein, nein, nein Kolafo lebt noch Ja, er lebt Ah, nicht, äh, Kolafo Also der König Faldo lebt noch Der lebt noch Warte, das kann man noch alles noch machen Nach diesen Credits Okay, merke ich mir Das mache ich noch alles Super Super, super, super Aber gibt es eigentlich ein gutes Ende Oder ein positives Oder ein schlechtes Ende hier in diesem Spiel Das weiß ich gar nicht Gucken wir mal Aber wie lange gehen diese Credits Fünf Minuten lang, oder wie? Hm Gucken wir mal Nicht, dass diese jetzt sagen Spielstand laden Dann habe ich irgendwie reingekackt Weil Da muss ich alles nochmal machen Niemals Darauf habe ich keinen Bock Mm-mm Schio Hirose, Minako, Tanaka, Shicho, Okada, Kenta, Yagui, Hisatake, Nakashima Ah, diese japanischen Namen, die sind geil Kentaro, Kenzi, Hiroaki, Shio, Shinpei, Toshiro, Aya, Yuichi, Aya Hisaro, Pak, Sam, Dong, U, Siong, Sioko, Watanabe, Mamoru, Iwahori, Takashi, Yamashita, Naomi, Totsu, Koji, Sakamoto, Yahuiri, Ohori, Takashi, Yamashita, Nam, Niam Ähm, okay Ah, es ist endlich vorbei Mit den Credits Oder? Ich muss noch gleich einen Cut machen, verdammte Scheiße Oh, es geht weiter Roxas, du hast es geschafft Aber erst in den nächsten Part Tschüss Wir nehmen uns Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Wir nehmen uns